Hallo, mein Name ist Fabian Rabben und das ist mein Gesellenstück schwebende Schubkästen aus amerikanischem Ostbau. Im Gestell, das in der Stollenbauweise gebaut ist, sind vier Korben an Drahtseilen aufgehangen. Um eine stabile Verbindung zu ermöglichen, sind in den Querholmen Rampermuffen eingelassen, die anschließend mit Dreiecksleisten verdeckt worden sind. Die Drahtseile habe ich auf mittlerer Spannung angezogen, damit die Korben eine schwebende Wirkung durch leichte Schwingungen bekommen. Da mir eine handwerkliche Ausführung sehr wichtig ist, sind die Schubkästen mit selbstgefertigten Kulissenauszügen geführt. Durch die Verwendung der beiden Materialien entsteht ein toller Kontrast zwischen dem amerikanischen Nussbaum und den Edelstahlseilen. Da jeder Korpus um 180 Grad gedreht werden kann, ist es möglich, das Möbel in nahezu jeder Raumsituation aufzustellen. Im Moment habe ich die einzelnen Korben so umgehangen, dass man das in einer Ecke jetzt aufstellen kann. Man kann die einzelnen Korben aber auch so drehen, dass zu jeder Seite eine Schublade aufgeht, dass man das quasi als Objektmöbel hat. Man kann die einzelnen Korben aber auch so drehen, dass man das in einer Ecke jetzt aufstellen kann, dass man das in einer Ecke jetzt aufstellen kann.